So, als erstes tun wir diese Schnüre über Kreuz. Dann können wir den Finger hier drauflegen, damit die nicht wegrutschen. Dann legen wir dieses hier drüber. Als nächstes nehmen wir dieses Band. Tun es hier drüber. Sie können es hier am Finger festmachen. Dann nehmen wir das. Legen das hier drüber. So. Und dann gibt es noch genau ein Band. Das hier. Das tun wir einmal hier drüber. Und dann auf der anderen Seite aufpassen. Hier drunter. Platz drunter. So. Und dann sieht es aus wie so ein Viereck. Und dann nehmen wir beide Enden. Und ziehen dran. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Ja. 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 Ja.